Bade MacLaw Raus mit euch! Ist Joe Wade's tot? Ich schwöre es bei Gott, ich hab sie nicht umgebracht. Hört mich Peggy Carroll durch die Tür. Bade, sagten sie sofort, glauben Sie gar nicht, dass ich auf Joe oder sonst wen so verrückt war, dass ich die Fien aufknöpfen lasse. Bade hat es rausgekriegt und die beiden kalt gemacht, euch doch ein. Joe kennt sie, er hat die Sachen von ihr. Sie wohnt in St. Martin in der O'Farrell Street. Sie und Bade MacLaw. Ich wusste natürlich, dass sie mich betrogen hat, aber nicht mit wem. Was hättest du gemacht, wenn du es gewusst hättest? Genau das, was ich getan habe. Hier, hör mal dich um Joe Wills. MacLaw hat ihn zusammen geschossen. Danner! 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 Musik 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 Musik